Die Idee, dass Männer sich nicht pflegen brauchen, ist von einer anderen Generation. Heute wollen auch die Frauen gepflegte Männer haben. Früher brauchte Papa sich nicht so an den Riemen zu reißen. Das ist vorbei. Aber davon haben wir ja nicht gesprochen. Nein, aber das war doch so. Vom Riemenreißen meine ich jetzt. Ja, das ist mir nicht schlecht. Ein bisschen Disziplin ist gesund. Also, wo sind die Hörte sicher? Die Hörte können sich auch nicht gehen lassen und hinterher weinen, dass keiner die will. Das ist richtig.